Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen am Sonntag, den 15. Oktober. Das ist der 28. Sonntag im Jahreskreis. Der 15. Oktober wäre und ist der Gedenktag der großen Teresa von Avila. Solo Dios Basta, Gott allein genügt. Aber er genügt nicht zum Alleinsein, das ist so nicht gedacht, sondern wir sollen uns vom dreifaltigen Gott, der in sich Einheit und Gemeinschaft ist, sollen wir uns in die Gemeinschaft der Menschen führen lassen, für die wir gemacht sind mit unserer sozialen Natur. Bei mir kommt es öfter vor in den Gottesdiensten, dass Menschen, die sich so den Gottesdienst von außen hinterm Gitter beobachten, dann bei der Kommunion sich in die Kommunionsschlange stellen und dann haben sie während der ganzen Schlangensteherei und dann haben sie Zeit, sich die anderen anzugucken und sie zu imitieren und das zu tun, was sie auch tun und dann ganz unauffällig zu sein. Aber wenn sie dann vor mir stehen und niemanden mehr vor sich haben, dann wissen manche gar nicht mehr, was sie tun sollen und dann zeigt sich, dass sie allein sind in dieser Situation und ratlos, ohne Orientierung. Oder ähnlich, wo es noch üblich ist, dass Requien gefeiert werden, dann kommen also die Angehörigen im schwarzen Kleid und Anzug in die erste Reihe und das gehört sich irgendwie so. Natürlich lassen die Leute diesen Platz auch frei, also die normale Gemeinde. Aber wenn die, sagen wir mal, nicht mehr so Gottesdienst gewöhnt sind, dann haben sie niemand mehr vor sich, an dem sie sehen könnten, wie es geht und dann zeigt sich eine Beklommenheit und Hilflosigkeit in ihrem Verhalten. Sie wissen nicht, wann sie sich stellen, setzen oder knien oder legen sollen. Ihnen fehlt das Maßnehmen an dem, was die anderen tun. An solche Einsamkeitserfahrungen musste ich denken, als ich das Evangelium betrachtet habe. In jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmal ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hineingekommen? Der aber blieb stumm. Da befall der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Auch in diesem Evangelium, wie am letzten Sonntag, eine scharfe Israelkritik, das sind die zunächst eingeladenen Gäste, ist für Jesus Israel, sein Volk, seine Leute, die nicht hören und nicht folgen wollen. Und dann weitet sich das Heil aus zu denen, die vorher nicht in Betracht kamen. Und die werden jetzt von den Hecken und Zäunen, wie es früher schön hieß, zusammengerufen, böse und gute. So, und jetzt ist dieser eine Mensch, der mir immer schon ins Herz gefallen ist und auf der Seele liegt, dieser eine, der kein hochzeitliches Gewand anhat. Da geht es natürlich nicht um Kleidung. Aber was mir diesmal wirklich stark aufgefallen ist und was für mich eine Intuition ist, das ist der einsame Mensch, der nicht weiß, wie er bei dieser Hochzeit sein soll. Er hat auch keinen, der jetzt neben ihm sitzt und für ihn aufspringt und eintritt und etwas erklärt oder auch einen, an den er sich wenden könnte, sondern er ist der Mensch, der ganz allein ist. Und er ist auch stumm, er hat keine Worte, er hat keine Bezüge in dem, was hier geschieht. Und das soll nicht sein. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine durch die Welt zu gehen, sondern wir sollen einander behilflich sein, auch zu verstehen, das, was Gott für uns bereitet hat und das, was Gott von uns erwartet und von uns möchte. Und dann uns unterhaken und bei Wahrung und Respektierung der Eigenheit eines Jeden dann doch die gemeinsame Berufung erfüllen und die gemeinsame Hoffnung leben, die uns gegeben worden ist. Einen wunderschönen Sonntag für Sie alle. Gott segne und behüte Sie alle.